Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Stofia.de und bevor das Video losgeht, eine kleine Info, die jetzt an jeden oder zumindest fast jeden Video kommen wird. Joint doch auf meinen TeamSpeak Server, den ihr hier findet, auf meinen Discord Server, wo ihr hier den Link habt in der Videobeschreibung oder joint auf meinen Partner TS, ich bin da so eine Partnerschaft eingegangen, da könnt ihr auch jederzeit drauf joinen, wo bald noch TTT Server, vielleicht Minecraft Server auf jeden Fall ein Partnernetzwerk wird es werden, wo noch einige Server hinzugefügt werden, die jetzt noch nicht vorhanden sind, also wenn du ein späteres Video siehst, dann schau doch einfach in die Beschreibung, vielleicht hast du ja das Glück, dass dort schon der eine oder andere Server mit drinne steht und wenn nein, dann hab noch etwas Geduld, da wird auf jeden Fall noch was kommen, bis dahin habt ihr auf jeden Fall schon mal die TeamSpeak oder Discord von meinem Partner und mir quasi. Ich bedanke mich fürs Zuhören und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ausgol? Ja? Warten wir noch 10 Euro drauf. Mach ich, äh, nach der nächsten Aufnahme, okay? Geht das? Weil ich grad gestartet hab. Mache ich. Äh, sofort. Ähm, und damit dann auch erstmal... Hallo und herzlich willkommen. Was machst du da? Willst du mich wieder aufhängen? Ja, ok, gerne. Ups. Ich bin Inno, hallo! Du hast ihn aufgehangen und sagst, ich bin Inno. Du bist auch so ein Idiot. Ich wusste nicht, dass du da gleich um meine Ecke kommst. Ich stand vor dir. Ich hatte noch keinen Tag, oder? Ist Cargo dabei? Ich fau grad. Okay, Scary Scary Hand Attacks. Vom Cave, vorm immer Cave. Versuche ein Maps zu nehmen, wie du noch nicht gespielt hast. Ich fand den sehr dreist, dass du mich direkt am Anfang gefahren hast. Warte. Ok, Gruppenzwang, Gruppenzwang. Jo, sollte eigentlich reichen. Was, Aaron öffnet wieder das Seas Conquest? Nee, das ist für den Root-Server Achso, ich dachte jetzt Nein, 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 ich hab Aaron Face Punch Studios hat ja ein neues Lob, Alter Ja, ja Ja, schon seit gestern So Ich schon seit letztem Freitag? Würde ich wissen Alter, warte mal kurz Ich bin kurz abkar, äh, nicht geh Äh, Twitter-Shop hier Ja, ja, ganz klarer Twitter Oh, das ist schön Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, Fabian Den Traitor-Shop öffnet mich zweimal aufzwecken Das war so ein Erfolg für mich Mit dem Blut, warum ist dem Blut? Du kannst kurz austabben, warte mal Ja, äh, Traitor austabben, nur Traitor können austabben Ja, das stimmt natürlich Da hast du mich dann ertappt, das war eh nur Jan Ja, und ich, äh, bin in Ordnung Erzähl überhaupt, Johnny Boyle Ich finde, ich konnte, dass das Filter Ja, kann das explodieren? Warte kurz Keine Ahnung Keine Ahnung Was denn? Das da, meinst du? Das TNT, genau Ne Ach, das ist auch noch ein Mund Ach, das ist auch noch ein Mund Ist angekommen Okay, dann ist gut Hat der dich schon gestern aufgeladen? Gestern war noch 30. Hab ich schon, ich habe gestern aufgeladen Ja, habe ich gesehen Raum, Oberfläche verfolgt mich Hi Leute Okay Kai, du lebst Wer lebt denn alle? Wer lebt denn alle? Geh ich denn mal nach oben? Wo geht's hier eigentlich raus? Ich bin stuck Hier geht's nicht raus Wir sind hier gefangen Jetzt for real, sind wir jetzt echt alle stuck? Ne, ich bin nicht stuck Ah ne, ist der Leiter, ich bin retarded Das ist kein Geheimnis Ich muss schon immer... Oh, 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 oh No traitor, no traitor, no skin traitor Oh, 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 oh Ich bin... Habe ich schon wieder keinen Skin? Ja, du bist ein no skin Oh, no! Kai tot Ey, dann könnt ihr bitte aufhören Ich mach mir den Skin Was ist? Entschuldigung Geht das jetzt? Ja, jetzt bist du Kirito Kirito, wo hast du Asna gelassen? Im Keller Oh ja, Kai Das hat mir voll rausgehört Wird scharf das? Ja, ich schieße auch gerne scharf Ich guck einfach, wer überlebt den Du spritzt scharf Du spritzt scharf Achso, ihr lebt denn auch nicht Oh, sorry, Kaka Oh, sorry Achso, Entschuldigung Das war grad Kai Der sich wiederbelebt, oder? Ja, Second Chance, ja Ich dachte, dass das vorbei ist Den kann ich nicht schön Das Lacka schließen Okay, dann ist Kai Traitor Ich hab, ich hab dicke Lippen Ah, ich hab dicke Lippen Ah, ich hab dicke Lippen Weil Kai und die Person Weil Kai und die Person hatten den gleichen Sinn Du hast Dark erschossen Es tut mir leid Ne, war tatsächlich Kai, der mich getötet hat Achso Also er hat bitte das nicht gegeben Ich wollte eigentlich die ganze Zeit einen Shotgun haben, um ihn direkt One-Spump zu geben Aber ich hab natürlich keine bekommen Das ist immer praktisch, wenn man Leute wandeln kann Ich schreibe ja immer, dass die Leute mich angreift, er schießt die dann aber Ja, aber wenn ich den Boomerang benutze, geht das wohl schlecht Das stimmt Ach, den Boomerang gibt's hier auch noch, kaufe ich mir jetzt Ah, du bist also Traitor Du hast es verstanden, ich muss nur kurz aus-tappen den Traitor-Shop öffnen Oh, da ist es so Ja, ich muss das nicht richtig gedrückt Aus-tappen kann nur Traitor Genau Da bin ich wieder, die Blazes lassen mich in Ruhe Überhaupt alle Es sehen aber noch alle, oder? Bis jetzt schon, ja Noch Aber wenn Dark so anfängt, wird er wohl Traitor sein Natürlich Kritisch Kai, was sieht draus? Möchtest du mir vielleicht was erklären, Dark? Was? Möchtest du vielleicht sagen, dass du Traitor bist? Wenn du ehrlich bist Weil du bist der Traitor, deswegen Wenn du ehrlich bist, dann werde ich deinen Tod auch kurz von Schmerz geben Ich schwöre auf Michelle Ey! Wenn du ihren Namen jetzt in den Schmutz ziehst, dann bringe ich dich nicht nur im Spiel um Wer fand ich ein Scharfschützengewehr? Wer fand ich ein Scharfschützengewehr? Dann sperre ich dich in meine Keller Kacke, der Shotgun! Wer fand ich ein Wichser, hat den umgebracht Ich hab ihn nicht umgebracht Keine Ahnung Ich bin kein Sniper Weiß nicht was Aber ich glaube, Dark ist wirklich Traitor Er würde mich schädlich nicht so in den Dreck ziehen Er ist nicht Pascal ist da unten Ne Pascal Glaub ich ne Sniper in der Hand, oder? Nein, ich hab Maschinengewehr in der Hand Ja, warte mal Liegt hier unten irgendwo ne Sniper rum Mal gucken, ob der irgendwo weggeworfen hat hier unten Ne Die würde ich ja im Inventar behalten Du hast hier unten Von hier unten hast du so richtig schön überblick gedacht Habe ich gar nicht so drauf geachtet Ah! Gott! Was heißt das jetzt schon wieder? Aaron Komm ich hier wieder weg Wer hat Kai eigentlich umgebracht? Ja, das war irgendjemand mit dem Schläscher zu gehen Oh Gott, ich krieg erstmal extrem viel Fall Schaden ist doch schade Das war dann wahrscheinlich... Fabian Warum das denn? Weil Korni die Bärenfalle Wer von euch war's? Ich Ich habe mich mit einer eigenen TNT getötet Warte Wo ist das Straßschützengewehr? Äh, ich hatte mir ne Silas abgeholt Ach so Kann man auch machen Ja, okay Ich hab nur auf das Bild gehastet Nicht auf die Beschreibung Ja Das war natürlich klug Ganzwertig Äh, was, ganzwertig Ja So, äh Vielen Dank Dark Dass du ihren Namen nicht in den Dreck gezogen hast Ja, bitte sehr Erstmal Hände schütteln Ey, ich bekomme hier überhaupt keine Stroßflinte mehr Aber du musst die Stroßflinte Oh, wer hätte damit rechnen können, dass ich jetzt inno bin Ah, ich bin... Tot Das war kein Strater Ich glaub, er ist tot Ich glaub, unten waren grad Schüsse Äh Ja, was ist Korni Bist du nah, weil du herkommst? Wie komm ich da runter, um das zu überprüfen, ohne daran zu sterben Da ist ne Leiter und du kannst einfach mit Wasser springen Ist gestorben? Fabi? Gott, sag ich jetzt auf den Fall, der wird gestorben Da wird da gestorben Da wird da gestorben Da wird da gestorben Da wird da gestorben Verdammt Ich wollt' sagen, ja, ich bin tot Ich krieg' keinen Tod Ich find' keinen Weg da runter, ohne zu sterben Du kannst in Wasser einfach springen In Wasser bekommst du keinen Falter nicht Was? Ich hab' den Tradershop gar nicht benutzt Äh, diese Runde Gottlike Hm? Du kannst einfach in Wasser springen Da krieg' ich gar keinen Falscher Nein Merk' ich mir Es sei denn, es ist dieses giftige Wasser Dann würde ich mit meinem überlegen, ob ich da reinspringe Oh, hallo, Fabian Komm, wir gehen TNT gucken Bitte nenn mich Oh nein, AK-47 Bitte nenn mich Hentai-Girl Okay, komm Hentai-Girl, wir gehen TNT gucken Oh, Senpai Oh, Senpai 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 Ich bin Enno Läuft die Aufnahme nicht noch? Ja, die läuft noch Senpai Bei mir ist übrigens Error Oh, Senpai Hallo Wer hat da gerade geschossen? Ich bin Enno Ich weiß nicht, wer geschossen hat Ich weiß nur, ich bin jetzt irgendwo in einer Höhle ohne Fackeln Oh, ist das vielleicht eine Traitor-Höhle? Ja, sicher nicht Das ist ja alles, wo ich bin, Traitor Ja, aber nur, weil du es bist Ich kann immer noch nicht diese Rifles und so gucken Brauchst du denn eine Waffe? Ja, aber das ist... Ey, geh' ich aus dem Weg Die Katzenwaffe, solange es keine Katzenwaffe ist, kann es nicht so Packe sein Oh, die Katzen... Da unten war jemand, ich komm mal runter Die Pussykatze ist aber schön Ja, die Pussykatze ist aber... Äh, ich sieh's jemand Hallo? Äh... Bei euch alles gut? Jetzt stellt euch doch nicht alle zusammen neben das TNT, das ist doch gehintert Pass, woran bin ich denn jetzt gestorben? Ich weiß nicht Ja, wenn ihr alle standet, alle bei dem TNT-Haufen, den kann man als Traitor in die Luft jagen Aber ich war doch auf der ganz anderen Seite Ja, es macht viel Damage und großem Gebiet Ich war auf der komplett anderen Seite Ich hab auch die drei Leute auf einmal damit in die Luft gespielt Ja, mich auch Mann, irgendwie drei Leute, ich hab mit einer Person gerechnet, in großer Verwirrung, aber... Das geht so nicht Und nicht mit allen und kleiner Verwirrung Hallo, Kirito-san Ach, hallo, wo hab ich meins gehen? Senpai Oh, Senpai! Oh, Senpai! Oh, Senpai! Oh, Kirito-san! Hey! Ich würd' ich mich gern dafür erschießen Ich hab dich immer an! Ich hab dich immer an! Hentai Gold Hallo, ich bin Emo Nein, 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 ich bin Hentai Gold Hi, hier unten Wer klaut es mir? Wer, äh, wer, äh, dir mich klaut? Ja Niemand kann, niemand kann mir dich klauen Keine Sorge, ich bleibe immer... Ist das nicht? Doch, Dark, Dark, Dark Keine Ahnung, was ich kann das Ich verwirr' euch alle Irgendwann schießt die Zeiten rum Alles Armee Gut Ich glaub Pascal hat wen umgebaut, oder ne? Nein, nein, nein Ich hab einfach in die Luft geschossen Um die Leute zu verwirren Pascal ist noch am Leben Warte, Frisk, irgendwas ist wer? Ach, das ist im Discord auch, okay? Ja, das merkt mir Was? Hey, hier ist grad Dingens und ich weiß nicht, wer mich denn zuordnen kann, aber steht im Discord genauso Im Teamspeak meinste Mein ich ja, sorry Der Discord Ja, Discord hat sich auch so Äh, hast du gerade ein Schloss gehofft? Ja, 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 ja Alles gut, ich... Ich hab große Angst Das ist ne Inno-Waffe, guck mal, ist ne Inno-Waffe Nein, ich hab Angst, die Welt Es geht doch egal, wenn du mit ne Inno-Waffe wirst Trotzdem Verbrechen Hau ab Cornet ist Traitor übrigens Ach so, ja, da fliegt irgendwas lang, da ist ein Bumerang Nein, das ist kein Bumerang Lebst du noch? Ich glaub, das ist ein Bumerang Lebst du noch? Lebst du noch? Lebst du noch? Doch, das ist ein Bumerang Cornet hat ein Bumerang geworfen Cornet ist Traitor, ich weiß, dass Fabian tot ist Oh, warte mal, ich muss gleich einkaufen Ne, ich leb noch, ich red noch, du Vollidion Ja, guck, Sack ist es Ich weiß... Ich hab mich echt zu Unrecht angegeben Ich weiß nicht, warum wir die schieben sind Ich weiß, dass Dark tot ist, Dark ist tot Ich hab die Leiche gesehen Das sah mir stark nach Traitor-Shop aus Warum? Warum warst du nicht drunter? Ich hab euch Namen verwechselt Weil ich die ganze Zeit jetzt ausgezappt war Ah, ok, das hat mich sehr verwirrt Hey, Pascal Ich glaube, da kommt wieder Pakai Oh Gott Gib mir dein Wodka Gib mir Doggy Du brauchst doch Terminator-Waffe Ja, ich hab hier noch Wodka stehen Ja, ich hab hier noch Wodka stehen Ich wollte eigentlich selbst nicht so lange alleine lassen Aber das passt Aber das passt Er kann auch gleich... Er könnte genauso bitte herkommen, wenn er will Ich bin gleich wieder Ja, kommt Ich werde den Part hier dann mal beenden Wollt ihr noch irgendwas sagen? Ah, bitte zum Milone-Gott So wie ich es noch mal tat Gib mir Doggy Gib mir Doggy Oh Senpai Sonst hat er ja noch wieder beten Ich bin gleich Ich bin gleich